Schönen guten Abend, freu mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn einen Mann begrüßen, der länger nicht hier war, muss man sagen, war viel unterwegs, unter anderem in der Stadt der Liebe. Oh Gott, der Impfclown. Wir konnten äh, 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 äh. Und jetzt eine weitere Erfolgsstory des Impfclowns. Zum Teil ist gut, also die härtesten Widersacher gegen dieses Gesetz kommen aus ihrer eigenen Partei. Aber würde ich nicht sagen, die härtesten Widersacher sind da bei der Union oder gar bei den Nicht-Demokraten. Ach, bei den Nicht-Demokraten. Die Ampel, das ist ja die Opposition. Genau, in der... Ich rede von der Regierung, von der Sie ja noch Teil sind. Ja, ja, in... Noch Teil sind. Ähm, mal zwei Sätze von Sebastian Fiedler.